Guten Morgen Freunde und zurück bei den Wilberts. Heute Sonntag, der 16.12., genau. Morgen ist der 17.12., das heißt, Jahrestag folgen mir und Erik. Vier Jahre zusammen dann. Ich freue mich. Ja, genau, heute ist Sonntag, wie ihr wüsst, Sonntag ist bei mir Familientag. Das heißt, ich werde mich jetzt um 10.52 Uhr auf dem Weg zu meiner Mama machen. Heute steht an Plätzchen backen, Baum schmücken. Ja, dabei nehme ich euch mit. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bleibt dran, Freunde. Alle, die neu dazugekommen sind, heiße ich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und alle, die, die ohne Abo gucken, bitte abonniert meinen Kanal auf dem roten Abo-Button. Ist komplett kostenlos, aber ihr bekommt coole Videos, Freunde. Wir sehen uns später. Allgemein ist rausgehen. Frau Pepe? Fertig. So, Frau Rüse, komm. Was? Komm. Das ist für Karuso. Komm, wir gehen in den Garten hier. Zeig erstmal, was du da hast. Was ist das? Erzähl mal. Ein Hähnchen. Und das ist für Karuso. Und das andere? Ein Fleisch. Ein Fleisch. Und das andere? Plätze. Für? Vögel. Okay. Vögel. Genau, dann los, komm. Ich habe nämlich in der Kita, beziehungsweise in der Schule mit den Kindern Vogelfutter gemacht. Und das hängen wir heute im Garten auf, damit die Vögel auch was haben im Winter. Ne, Mexi? Ja. So, das erste hängt. Weiter geht's. Aber wie? Na ja, du hast doch eine Schlaufe. Soll ich das gepär? Ich halte das fest kurz. Und du hängst an. Hier. Ganz weit nach hinten. Sehr gut. Noch eins. Kannst du ja hier oben anhängen. Auf der anderen Seite vielleicht vom Baum. Ja. Da kommt Karuso ran. Oh weia. Karuso Foy. Karuso, sitz. Sitz. Ja, sitz. Sitz. Sitz und bleib. 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 Da unten? Meinst du, da kommen die Vögel ran? Ja. Hallo. Okay. Sitz. Sitz. Bleib. 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 Oh komm. Fein. Komm her, du darfst ihn einen geben. Sitz sagen? Sitz. Oh, heiße nicht. Egal. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Ohne Worte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.